Das sind keine Pots, vielleicht müssen wir es auch nicht, ja, wenn keiner Pots benutzt. Keine Pots, keine Pots, keine Pots. Rates in 2 Firestorm, hoch für Firestorm. Also einmal bei Last oder wie? Jo. Dann kannst du einfach mal anfang P2 potten und dann nochmal in P3, geht immer noch. Der ist relativ spät, da mal die Leather. Ja, geht auch. Ich glaube, ich muss das, das Kolo abschauen. Ja. Nope. Direkt anfangen wir nicht so, ne? Direkt anfangen wir nicht so, ne? Spread for Blaze. Äh! Altamira! Tinder! Waiting for a spark! Dream burns! Und move! Und move! Bates is gone! Bates into Firestorm! Move to Firestorm! Gold is down! Widerstum! My Command. Destruction Raid! Amount? vishtourns出aars. Frag for Blaze. Gat! Und zum Barrier und Move, fände ich zu weit vor, Blazes kommen, dann lassen wir Damage Stopp Was ist denn? Warte mal! Zieht ab! Oh, jetzt... Jetzt ist es so... Wieso... Pusher? Ich... Wieso sind hier Pusher? Oh... Oh... Oh, geht gut noch. Für diesmal. R4 Widerwaves 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 Und immunitywaves Blazes Daugt was hochgeht durch die immunitys Was meinst du? Dass er uns wegfuscht und das Blazes anfängt. Ja. Uh, Sparko. Blazes kommen. Achtet auf die Ads. Und Blazes kommen nochmal. Achtet auf die Ads. 2 Die auf Columbus. Blazes kommen. Blazes kommen. Blazes kommen. Achtet auf die Ads, achtet auf die Ads. 2 3 2 Was sehen wir gegen da außen? Ich bin einfach auf Phyral, wenn er da ist. Ich blaze es. Warte doch jetzt. Jetzt rechts, Place ist kommen, achte doch jetzt. Wir haben Glossos, vielleicht Cages, Pages. Soon Cross, Break Cross. Und Places, Places, After the X, After the X. Finish Burning. Wir wollen, 2, 1. Und Luftart. Und links ne Daufe, natürlich. Laces, komm. Achte doch jetzt. Achte doch jetzt. Nochmal Blazers, achte doch jetzt. Oder auf andere Spieler. Ich breathe into blaze. Breath. Breath. Und Blazers. Gleich Firestorm. In 3, 2, 1. Firestorm. Blazers kommt nochmal, Blazers. Wartet auf die Seeds. Richtung Lila. Wartet auf die Pools. Jetzt zu Lila. Wartet auf die Pools. Wartet auf die Pools. Jetzt zu Lila. Und du wirst du was. Insceneration. Und Blaze. Black Firestorms. Black Firestorms. Firestorms in 3, 2, 1. Firestorms. Und nochmal Blazers, Blazers. Achte doch auf die Seeds. Ihr seht die Seeds, Leute. Richtung Blau. Richtung Blau. In die Fläche rein. Jetzt zu Blau. Und dann das Gate. Fallen und Magic. Die Seeds haben. Corrupted Seeds in 3, Corrupted Seeds in 3. Nein, nein, das war auch. Corrupted Seeds. Es kommt nur ein Seeds. Es kommt nur ein Seeds. Es kommt nur ein Seeds. Breath into Place. Breath. Insceneration. Blades. Firestorms. 2, 2, 1. In 3, 2, 1. Firestorms. Es war ja groß. Achtet auf die Seeds. Ihr seht die Seeds. Straxion. In Richtung Blau. Richtung Blau. Bist du im blauen? Na, na, na. Kommst du im blauer? Kommst du im Blau? Und dann... Dropped the Seed in 3 für Magic. Ich breath into Blaze, breath into Blaze. Ääääh... Nein, das kann ich gar nicht. Oh, das ist ein Fernaxt. Ja, irgendwann auch in einem Jahr.